Und herzlich willkommen zurück, mitten im Kampf. Yeah. Ja, ich hab mal gestern wieder echt super gespeichert, merke ich gerade. Hallo, mein Gott, danke schön. Das sind doch noch. Maus. Danke schön. Ich glaube, ich muss mir meine neue Maus kaufen. So langsam macht die Maus es nicht mehr ganz so mit. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilder drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Äh, ja, da bin ich doch schon mit bei, die Pflanzen zu suchen. Moment mal, hab ich das jetzt eben gerade richtig gesehen? Ich darf hier hinten in die Duschen. Ich darf hier hinten in die Duschen. Ja. Hallo, Duschen. Nö, jetzt sag mir bitte nicht, ich kann die Pflanzen vernichten. Äh, okay, machen Gegner, die sie auch... Ach, du Scheiße. Ähm, ja, diese Pflanzen machen Gegner wütend. Und wütende Gegner sind nicht allzu gut für mich. Naja, sind auch nicht großartig anders als andere. Wapp, 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 wapp. Nein. Habe ich noch einen Autohack-File? Hallo, Autohack-File, könntest du jetzt bitte... Dankeschön. Ja, meine Maus macht eben gerade nicht Das, was ich möchte, was sie macht Es könnte aber eventuell auch daran liegen Dass sie gleich die Batterien schlapp machen Wenn das so sein sollte Shit happens, muss ich da mal kurze Hand wechseln So groß sind die Duschen doch eigentlich gar nicht Warum sind hier ausgerechnet hier in diesen Duschen? Warum war ich da hinten in diesem Raum nicht drin? Fragen über Fragen über Fragen Das ist... Will mir schon wieder nicht so gefallen Da hinten Je, zwei von vier Fehlen ja nur noch ein paar Dutzend andere Nein, zwei andere Ein paar Dutzend Musik? Musik, ich hab Musik gehört Hm, aber hier gibt's auch schon wieder jede Menge zum Mitnehmen Also ich werde ihm gerade gut ausgestattet Und ich finde, wir gehen eigentlich jetzt Mittlerweile so relativ sehr straight hit Warum wusste ich das? Das heißt jetzt was, bitteschön? Äh, hallo? Was soll denn das hier? Ey Das finde ich denn gerade etwas sehr uncool Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh ja, genau, 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 genau Ich weiß, was hier gerade läuft Ich werde jetzt hin und her geportet oder was hier Ja, das kann ja jetzt ein Spaß werden Ah, jetzt darf ich mich auch wieder bewegen Ja, dankeschön Ja, komm, geh kaputt Hier müsste noch irgendwo ein Dicker sein Hm Wups, Zoller Mami, ich hab's kaputt gemacht Es tut mir sehr leid Diese armen Teufel Was für ein Leben Rum marschieren und den Daddy spielen Bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig Und es bleibt ihnen nichts mehr als zu schreien Äh, nichts gegen dich, Junge Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst Ja, äh, da will ich sowieso hin Aber irgendwie werde ich immer wieder aufhalten Nein, wird's nicht Warum? Weil ich ich bin Warum sollte ich aufgeben? Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt Und einige der Sisters wieder zum Menschen gemacht Andere fielen Splicern zum Opfer Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln Aber das war's dann auch, fürchte ich Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen Oh, oh, na toll Ah, verdammte Axt Ich hab's doch noch gedacht, ey So, ein, äh, Mist hier So, erstmal die Nummer 6 auswählen Wo bist du, mein Kameraobjekt? Nein, du bist eigentlich das falsche Kameraobjekt Äh, stehen So, nochmal die Kamera Wow Hey, was machst du denn direkt vor mir? Habe ich dir das erlaubt, oder was? Big Daddy Forschungsbonus Dauerhafte Bohrer Schadensteigerung Rund 5 Oh, ha, ha, ha Du entkommst mir nicht Ich werde dich so kaputt bohren Na, oder auch nicht Naja, so viel Schaden macht mein Bohrwein gerade nicht Au Ah, ich hasse es, wenn Du ebenfalls auf die Oh, guck mal, wie meine kleine Kleine süße Maus da oben drauf ist Gehen jetzt bitte die Mini-Geschütze weg Dankeschön Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hallo, kleines Mäuschen Da bist du Meine zweite Little Sister Für diesen Abend Nein Erstmal heilen Und dann müssen wir uns wieder mal Unsere Heilung beschaffen Hallo? Warte Nein, 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 nein Oh, Mann, Leute Ich Was soll denn dieser Dreck jetzt mit einmal? Ich wollte dir die Panzerbrechende Scheiße aufnehmen Kommst du noch mal bitte zurück? Oh, wie geil, ey Oh, ist war das jetzt super? Komm noch mal zurück Ich werde dich noch mal zurücknehmen Komm zurück Oh, toll Echt geil 100% fehlgeschlagen Super So eine dreckige Rotze Man, ey Hauptsache Wir machen alle so nah nebeneinander Dass wenn man dann die F-Taste drückt Um was zu sammeln Was ja im Übrigen dieselbe Taste ist Wie wenn man nichts sammeln will Ähm Da kriege ich einen Hals Da kriege ich echt Kriege Pumpernellen bei Kann doch nicht wahr sein Ja, jetzt bin ich ihm gerade am überlegen Soll ich gleich noch mal Dann Zurückspulen Beziehungsweise nicht zurückspulen Sondern alten Speicherstand laden Und den ganzen Scheiß noch mal von vorne machen Oder soll ich Es lassen Oh, Mann Toll Ich wollte mir ja eigentlich wieder Upgrades kaufen Aber nein Das Spiel hat es mir verwehrt Nein, wir lassen das jetzt so Wir spinnen das jetzt so durch Ich hab keine Lust mehr Hier jedes Mal wieder zurück Und dann nochmal die ganze Kacke Und Dann passiert mir jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwo Und dann hab ich wieder zurück Und Hallo Neues Gebiet Na, ich hör sie auch schon wieder hier Irgendwo ist was Ah Ja, was ist denn da passiert Ja, das ist da passiert Siehst du das Toll, oder Wo ist der letzte deiner Art Du musst jetzt Frust abbauen Bleib hier Genau, leck mich Bam Tschüss Was zum Ach da Ja, genau Genau Wer baut denn bitte so etwas dorthin Und warum Hä? Ah Okay Wunderbar Das lief ja eben gerade wieder Wie es im Lehrbuch stand Eindeutig Nicht Ja, sowas ärgert mich Die ganze Zeit ging es gut Die ganze verdammte Zeit Und dann mit einmal so einem Kack Nein, ich möchte nichts kaufen Ich möchte nur hacken Dankeschön Oh, blau Blau, blau beendet den Hack Dingo Mehr nicht? So, Adai Hast du irgendwas, was ich mir Na ja Ich meine, wir haben eben gerade genug Kleingeld Da kann ich auch ein bisschen mehr Und das ist abgeschlossen Deswegen muss ich erstmal hier rein Mr. Bubbles Nennst du ihn, okay Ah, nein Jetzt habe ich ihn ausgelöst Egal Ich meine So schwer ist er ja nicht Ich tue dir gar nicht weh Ich will dich haben Du bist meins gleich Na komm, lad nach Hallo? Bist du irgendwann In dem Munders gehen Oder was ist los? Ach, der Houdini-Splicer Macht auch noch mit Nein, wie passend Ja, geht alle auf ihn Geht alle auf ihn Er hat es verdient So, jetzt gehe ich auf euch Komm, geh kaputt Dankeschön Wo bist du? Ja Mischstück So Meine kleine Liebe Wieder mal eingesammelt Und diesmal werde ich sie Richtig sammeln lassen Und dann vernünftig abgeben Aber das seht ihr erst In der nächsten Folge Ich bin Heldon1980 Wir spielen Bioshock 2 Äh, bis Gleich Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss